Musik Ja, Halli... Hallo, liebe Hustenfreunde. Ich bin der Tenji, der sich gerade verschluckt hat an seinem eigenen Atem. Und wir spielen Factorio heute. Ich lasse das drin, das wird nicht rausgeschnitten. Das ist nun mal so. Das ist halt, wenn man live... Nee, also ja, das ist halt, wenn man eine Aufnahme macht und das nicht schneidet. Dann ist das halt so. Es ist realistisch. Es muss authentisch sein. Es ist authentisch. Ja. Okay. Leute, wir wollten ein paar Sachen machen. Erstens haben wir ja letztens mitbekommen in der Kommentierfolge, dass uns der Saft schon wieder ausgeht. Also, die sind alle am Arbeiten und ziemlich krass am Arbeiten, muss ich sagen. Das heißt, ein so ein Ding würde ich hier gerne noch mal hinklatschen. Das kriegt man aber heute wahrscheinlich nicht. Hier müssen wir mal gucken. Und das hier würde ich endlich anschließen. Und dann können wir vielleicht auch mal langsam die Maschinerie hier oben einfach abbauen und hier unten noch mal hinklatschen. Das wäre auch noch so ein schönes Ding. Ich glaube, das mache ich mal direkt. Nicht direkt wird das jetzt gemacht. Wobei wir dann die Kohle hier oben auch abschließen müssen. Hier müssen wir auch die Kohle mit abbauen. Hier, das müssen wir alles jetzt beenden quasi. Das heißt, das Band machen wir mal weg. Und dann machen wir das hier auch mal weg. So, und jetzt ist es quasi so, dass hier nichts mehr aufs Band kommt. Und dann wird das hoffentlich irgendwann... Gut, ich kann es auch per Hand einfach rausholen. Einfach abbauen. Dann habe ich das ganze Zeug dann auch in meinem Inventar. Und kann das später in der Kiste tun. Aber guckt mal, wie schnell das hier schon abgearbeitet wird. Krass. So, hier haben wir tausend Sachen drin. Oh, fuck. Aber ich glaube, das lassen wir transportieren. Dann mache ich mal eine Anforderungskiste. Ich habe ja eine Anforderungskiste noch. Dann werde ich das mal kurz rüber machen. Ähm, tup 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 tum. So, wo tun wir das mal hin? Das soll ja hier rüber gebracht werden. Ich glaube, ich werde das tatsächlich erst mal hier... Ich bringe das hier hin. Dann Festbrennstoffe, bitte. Unendlich viele. Keine Ahnung. So viel, wie du halt bringen kannst. Das geht dann in die Richtung. Du musst noch ein bisschen Strom reinpappen. In das Teil da. Ist aufpassen, dass die nicht auf einmal anfangen, hier unten rumzuschaufeln. Ach, die sind ja ausgemacht. Okay. Die sind ja eh ausgemacht. Dann passt das schon. Dann kann ich hier mal Strom reinmachen. Dann wird das ja hoffentlich angeliefert. Okay, 2,42 werden schon geliefert. Da fliegen sie auch schon durch die Gegend. Und die bringen das dann alles schön hoch. Das ist okay. Das machen wir so. Und dann kommt das schon mal da an und kann dann dort weiter verwendet werden. So, mal schnell hochlaufen und dann den Rest irgendwie abtrennen. Hier wird ja fleißig weitergearbeitet. Das wollen wir gar nicht. Das heißt, wir werden jetzt hier... Ah, das ganze Öl. Ah, da ist zum Glück nicht so viel Öl drin gerade. Weg damit. Schnell weg. So, mal gucken. Hier haben wir sich diese ganze Anlage. Die sollte eigentlich komplett autark sein, sodass wir hier gar nichts irgendwie kaputt machen, wenn wir die einfach abbauen. Autark ist aber ein bisschen der falsche Begriff, aber ihr wisst schon, was ich meine. I hope so. Das hier ist auch nur Schweröl. Kann auch weg. Nein, oder? Ach, ich dachte gerade, wir benutzen das dafür, aber das... Da benutzen wir nur Wasser und, ähm... Nur das Wasser und das Schwefel. Und das Schwefel wird hier nicht hergestellt. Okay. Perfekt. Das hier ist aber original. Das darf ich... Äh, ist das hier ein Untergrundrohr oder hä? Habe ich gerade blöd? Das ist doch kein Untergrundrohr. Wo kommt denn jetzt das Petroleum her? Hä? Bin ich blind? Habe ich auch was abgebaut gerade? Ach, ne, hier. Das ist ein Untergrundrohr. Und was ist dann das? Ne, hä? Wo ist denn hier? Ach, da. Da ist das. Ich bin schon gewundert. Da ist das Untergrundrohr. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, okay. Weiter geht's. Abbauen. Alles weg. Ich werde das per Hand machen. Ich könnte es natürlich auch mit der... mit der roten Blueprint machen, aber... ganz ehrlich... Oh shit, das war falsch. Jetzt wollte ich Steuerung und Z drücken für Rück... Ja. Der hier muss dann irgendwo ins Netz mit eingebunden werden. Vielleicht da irgendwie mit drüber dann. Müssen wir nachher machen. Erstmal brauchen wir den ganzen Schm... Nein! Das Wasser bitte nicht. Das brauche ich doch da unten. Hä? Vor allem wo habe ich denn das hergeholt, das Wasser? Von da drüben. Genau. Okay, eine... So. Dann ist wieder alles da. Alles wieder ganz. Ein bisschen aufpassen, was man hier macht. Ist nicht so einfach. Aber ich kriege das hin. Bin ja... Voll... Profi. Okay. Dann... Ja, das kann auch alles erstmal weg. Wohl, die können das ja eigentlich immer noch einlagern hier. Ich dachte... Ach, das ist eine intelligente Kiste. Ist ja klar, dass das nicht angeliefert wird. Dann muss ich dann noch die Anbiederkiste machen. Ah, sorry. Meine Nase hat ein bisschen gejuckt. Dann klatsch drauf. Okay. Dann wird das jetzt hoffentlich angeboten. Sollte ja eigentlich im Anbietungsbereich sein. Ist das auch da unten in einem Bereich? Hä? Ach, hier drüben gibt es auch noch einen Haufen von dem Zeug. Alter, hier sind ja Haufen davon drinnen. Okay. Es wird noch eine Weile dauern, bis die das da alles rübergebracht haben. Okay, aber egal. Ich baue das ja einfach ab. Dann habe ich es halt im Inventar. Ist ja kein Ding. Okay. Na schön. So. Können wir alles schön abbauen. Perfekt. Oh. Mein Inventar ist voll. Shit. Runterlaufen. Weil die Bots haben gerade genug zu tun. Da muss ich nicht unbedingt noch sagen. Bitte holt mal das ab aus meinem Inventar. Weil wenn die eh gerade zu tun haben, dann ist das okay. Okay. Das kommt weg. 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 Alles aufsammeln. Das ist cool, dass sie das irgendwann mal geändert haben, dass die Fließbänder, alles was drauf ist, dass man das direkt ins Inventar bekommt. Damals gab es so eine Sachen, dann hast du das Band abgebaut und dann lag das ganze Zeug auf dem Boden. Dann musst du das mal einsammeln wieder. Und es tut mir leid, Leute, wenn ihr draußen eine Straßenbahn heute hört. Bei mir im Zimmer sind es gerade irgendwie 30 Grad und ja, das ist dann ein bisschen warm und deswegen glaube ich, müsste ich einfach mal das Fenster aufmachen. So, die werden jetzt Ewigkeiten dafür brauchen anscheinend. Ich brauche echt noch mehr Logistikroboter, aber ist okay. Okay, gut, dann. Das wird ja dann irgendwann mal hier abtransportiert. Können wir auch mal die Dinger hier weg machen. Kann man irgendwann gebrauchen. Das wird irgendwann abtransportiert. Hier oben das Band wird auch irgendwann mal leer gemacht. Ne, das geht nach oben. Wenn das hier nach oben geht, dann kann ich es auch abbauen. So, schon wieder voll. Das Ganze, das Ganze kann doch nicht sein. Hm. Die brauchen ewig, um das da rüber zu transportieren. Das müsste wahrscheinlich per Hand nochmal ein bisschen mithelfen. So, das Band ist ja fast schon wieder... Oh Gott, wie viel fressen wir denn weg? Das Band ist schon fast wieder komplett leer. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alles, was wir so wollten. Und hier halt die Kohle müssen wir dann auch nochmal ordentlich ummodeln. An sich ist alles da. Was wir jetzt noch schnell machen werden, ist wahrscheinlich hier nochmal das Öl. Das hätte ich dann doch gern noch mit angeschlossen. Auch wenn es jetzt gerade irgendwie hier halt lang geht. Ist okay. So, mal kurz hier so gucken. Gut. Okay, dann wird das gleich wenigstens da reingepumpt. In die Richtung. Das ist okay. Hm. Gut, gut, gut. Hier fliegen tausend Millionen Sachen durch die Gegend. Habe ich noch welche einstecken? Ich habe bestimmt noch welche einstecken. Nein, habe ich nicht. Nice. Aber einen Haufen Fließbänder, die kein Schwein braucht. Äh. Und ich bin echt dabei überlegen, ob ich die, ähm... Da starte ich diese, diese Tanks hier, die ich jetzt hier einfach so stehen habe. Und dass ich die eher hier vielleicht hinmache oder so. Dass ich eine Haupttankader hier habe, die ich dann abfrage. Das ist, glaube ich, eine, eine, äh, doch bessere Solution. Das ist, glaube ich, echt eine bessere Solution als das. Das ist natürlich das Problem jetzt, dass die noch Tanks drin haben. Die Tanks sind noch was drin. Ich werde hier mal abzwacken. So. Da müssten sie ja eigentlich langsam irgendwann anfangen, das Zeug zu verbrauchen. Ich darf es nur nicht vergessen, wieder hinzumachen nachher. So. Und dann würde ich den jetzt einfach mit verbinden. Mal gucken, dass ich das hier irgendwie transportiere. So. Und dann noch ein rotes Kabel. Die müssten eigentlich auch noch in der Kiste liegen. Da habe ich auch noch ein paar. Ähm. Dö, 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 dö. Hier. Oh, tatsächlich alles weg. Nice. Rote Kabel. Habe ich die nicht wieder wegge... Da sind sie doch. Da. Und dann von hier. Ich sehe gerade nicht, ob die schon verbunden sind. Wahrscheinlich waren sie schon verbunden. Habe ich die jetzt entbunden? Okay, jetzt ist es dran. Äh, rot. Gerade für mich rot sehen ist echt schwer. Hier ist schon ein rotes... Hier ist ein rotes Kabel, genau. Das heißt, ich muss also... Dann von... Hier. Nach da. Nach da. Und dann nach da. Dann ist es ein Netzwerk. Dann wird das gleich mit, äh... Verpumpt. Und hier wird noch nicht viel verbraucht, aber das kommt dann hoffentlich noch, wenn das Band hier unten leer ist, zum Beispiel. Man könnte zum Beispiel auch einfach mal sagen, so... Ach, wird hier schon verschwendet? Machen wir kurz so. Damit die Produktion hier mal ein bisschen anläuft. Damit ich das Öl, diese 1000 Liter, nicht gleich verschwende, indem ich das einfach nur abbaue. Das wäre ein bisschen verschwenderisch. Finde ich. Und deswegen machen wir das das mal so. Gut, dann... Wir haben ja, glaube ich, teilweise eigentlich alles da. Und ich dachte mir einfach... Ich habe ja, ich habe ja mal gesagt, ja, es wäre irgendwie sinnfreier. Also in der Kommentierfolge habe ich gesagt, es wäre eigentlich sinnfreier, hier ein Öldings zu bauen, danach vielleicht noch eine Ölquelle und noch eine, dann kann man alles hier zusammen mischen. Allerdings wäre ich das erstmal, weil das einfacher ist, weil es doch so einiges einfacher, ähm, das hier einfach schnell so hinklatschen. Weil das einfach, einfach, einfacher ist. Klingt komisch, ist aber so. Das würde hier perfekt hinpassen, Leute. So, Platz ist ja da. Dann wird das hier schnell aufgebaut. So, dann müssen wir bloß noch uns darum kümmern. Hier muss die Ölfabrik noch rein, weil die haben wir anscheinend nicht mitkopiert. Wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, ich habe überhaupt genug Platz dafür. Puh, das ist doch knapp geworden. Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass die hier steht. Ich kann es natürlich auch näher ranziehen. Was ist mit den Fließbändern? Wieso wollt ihr keine Fließbänder setzen? Ich habe doch wohl genug Einstecken von dem Zeugs. Sind sie zu faul zu, gerade. Hm. Ist eh weg. So. Gut, wie sieht es aus? Sie produzieren wieder fleißig. Haben sie noch Öl? Ah, das geht langsam weg. Ach, jetzt bauen sie. Ach, die bringen das, die nehmen das nicht aus meinem Inventar. Nein, die holen sich das aus der Fabrik raus. Ja, ist okay. Das Einzige, was wir noch brauchen, Wasser an sich, brauchen wir nur, ja, wir brauchen nur das Öl von hier und das Wasser brauchen wir. Also Wasser und das Öl. Okay, wird interessant. Eine Wasserpumpe würde ich einfach hier mit aufbauen und dann, äh, zwei Kabel hier. Hier möchte ich ja noch Tanks machen. Mal kurz gucken. Eine Pumpe. Ich müsste eigentlich eine Pumpe haben. Da. Kriegt man die nicht hier so rein? Ja. Doch, kriegt man rein. Und die kriegt man ja auch unterirdisch nach hinten. Okay, dann machen wir noch so. Und dann geht das nach da. Ja, ich habe ja genug Untergrundbänder, deswegen nehme ich die halt so gerne. Äh, Untergrundröhrchen. Ich weiß nicht, wenn man da angegriffen oder irgendwas. Muss ich echt ein bisschen aufpassen. Objekt wurde beschädigt. Wurde denn das schon wieder hier unten? Okay. Da ist okay. Gut, und dann halt noch ein bisschen Öl. Ja, wo ich ja die Tanks hier noch hin machen. Aber im Prinzip sollte es funktionieren, wenn man dann hier wirklich das anschließt. Ich kann das ja trotzdem erstmal hier anschließen, auch wenn ich die Tanks nachher noch umsetzen werde. Ähm, anschließen geht ja trotzdem. Machen wir einfach direkt hier so. Und dann. Äh, hier muss ich auch mit unterirdisch arbeiten. Äh, das ist nicht so einfach, weil sonst würde ich das damit verbinden. Das wollen wir ja nicht. Also, muss man es so machen. Ah, okay. Eigentlich kann ich das auch mal wegmachen, dann kann ich es direkt verbinden. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, das so zu machen. Du, 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 du. So. Gut, dann sollte er jetzt eigentlich auch schon ohrbeiten. Ja, ohrbeiten. So heißt das hier bei uns. Bei den Ossis. Das Band da oben ist immer noch gut bestückt. Lustigerweise. Und irgendwie werden die Tanks jetzt langsam leer. Und dann kann ich dann hier anfangen, noch mal mehr Tanks hinzubauen. Ich könnte auch, ich will nicht auf das Öl scheißen. Ich könnte drauf scheißen, aber ich habe keinen Bock. Das ist irgendwie doof, wenn ich jetzt sage, ich scheiße jetzt auf das Öl. Das wäre irgendwie doof. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen noch mehr hingeklatscht. Wir haben jetzt oben endlich frei. Dann irgendwann ist dieses Band hier da auch leer. Das muss ich dann wieder anschließen. Dann ist das Band irgendwann leer. Können wir auch abbauen. Dann haben wir den ganzen Müll hinter uns. Und wir haben eine zentrale Ölspeicheranlage, die dann hier so steht. Wo man dann sagen kann, okay, pump in die Richtung. Wäre das Öl da jetzt so gemacht. Wir könnten aber auch gleich, wenn wir es richtig machen, auch hier die Anlage direkt mit hinbauen. Die Tanks. Wäre, glaube ich, tatsächlich eine bessere Variante. Habe ich natürlich das Problem gerade, dass dieser Tank noch da ist. Der ist jetzt voll. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich baue die hier hin. Scheiß drauf. Ich mache jetzt hier richtige eigene Tanks. So. Gut, zwei Stück hätte ich eigentlich bloß gebraucht. Und dann kann ich ja immer noch sagen, wenn hier genug Öl drin ist. Kurz gucken, wo ich das am blödsten baue hier. Ja, dahinter ist genug Platz. Mal Licht wegmachen. Wir haben ja eben momentan Dauertag angemacht. Kann ich hier sowas hinsetzen? Brauche ich nicht. So. Machen wir hier richtig schönes, riesiges Öllager. Richtig groß. Na, so richtig groß muss es gar nicht sein. Na, sagen wir es mal so. Es ist wenigstens schon mal vorhanden. Ich könnte das Lager irgendwann mal vergrößern. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, kann man die auch alle miteinander verbinden? Ich glaube schon. Wenn ich das so mache, dann sind die ja auch verbunden. Eigentlich. Müsste ich jetzt mal ein rotes Kabel wieder trennen? Zum Beispiel hier. Wie war denn? Na, ich glaube, ich trenne alle Kabel, wenn ich jetzt trennen sage. Ich glaube, das Einfachste wäre... So. Dann ist das rote Kabel getrennt, aber es müsste im Netzwerk ja immer noch das Öl hier da sein. Genau. Ähm. Oder? Ja, genau. Schließen wir das noch an. Und dann... Alter, wie schnell das vollgepumpt wird. Wie krank. Und dann ist im Netzwerk gleich ganz schnell die 2K wieder drin. Das wird ganz schnell passieren. Okay. So. Wie lange sind wir schon am Aufnehmen? Was? Schon 15 Minuten vorbei? What the fuck? Äh. Dann. Rohöl. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Läuft alles. Der Tank ist noch 500 drin. Ich muss das... Ich darf das echt nicht aus dem Augen verlieren, weil sonst haben wir irgendwann kein... kein Zeugs mehr stehen. Wäre auch ein bisschen schlecht. Der sollte eigentlich jetzt auch mal stagnieren, nochmal stehen bleiben hier. Ich weiß nicht, wieso geht das eigentlich noch weiter hier? Achso, die haben ja noch einen internen Speicher. Okay, das geht. Äh. Wasser ist alles da jetzt. Genau. Das Öl ist auch noch da. Das Ding ist ja direkt angeschlossen, ne? Obwohl, es stagniert ja eh. Okay. Ich muss ein bisschen warten. Da. Okay, dann wollte ich vielleicht doch mal gucken, ob wir hier vielleicht noch eins dazusetzen können. Das heißt aber, wir brauchen wieder massig von den ganzen Gedöns sowas wie... Nein, die hier wollten wir anschließen. Erstmal schließen wir das hier mit an. Das wird ja ganz schillig und einfach sein. Wir haben ja bloß gesagt, wenn hier in den Kisten nichts mehr drin ist... Wo ist das denn? Zwei Kisten. Ist aber kein Problem. Wir machen ja hier ein Logistiknetzwerk. Das heißt, ähm... Ich schließe die Kiste an. Ich schließe die Kiste an. Und dann ist fertig. Und dann kann ich das Kabel hier rüberziehen. Nach da. Nach... Da. Dann die... Zwei Dinge anschließen. Und dann noch hier. Oder? War zu weit weg, glaube ich. Ach, das Rot sieht... Man sieht doch kein Schwein. Ja, es sieht doch kein Schwein. Aber jetzt müsste in der Logistikzone eigentlich was drin liegen. Wieso ist ja nichts drin? Doch. In dem ist was drin. In dem auch. In dem auch. Aber hier drüben nichts, weil ich es nicht verbunden habe. Ich habe die zwei Strommasten nicht verbunden. So. Gut. Und dann sag mal einfach nur, du schaufelst. Ja, du schaufelst natürlich das. Aber nur, wenn im Netzwerk, also in den Truhen, nichts mehr drin ist. Wenn einfach gleich null. Ja, nur wenn gleich null. Das kopiere ich mir. Warte. So. So. Und so. Kann ich jetzt schlecht testen? Ist ein bisschen schwierig, das zu testen, weil ich ja jetzt hier noch massig drin ist. Muss man ja sagen. Weil es ist einfach massig da, weil das alles noch rübergebracht wird. Aber danach, es sollte funktionieren. Ich bin ja gut auf Dinge. Öl mit 300. Okay. Können wir bald weg machen. Die Dinger. Die Tanksch. Der Tank, der wird irgendwann leer werden. Vielleicht. Der wird nie leer werden. Ich werde ihn aber gerne weg haben. Also werde ich den abknipsen. Ja. Ich werde ihn komplett abknipsen, wie man sieht. Hm. Okay. Den muss ich abknipsen, damit er auch leer wird. Aber, hm. So schnell wird der nicht leer werden. Ich habe eine Idee. Ich knipse so ab. Dann wird er das noch raussaugen. Dann werden sie den auch noch leer machen. Den Tank. Okay. Dann haben wir das eigentlich direkt angeschlossen. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren, dass sie das dann einfach da reinschaufeln. Wenn leer ist, schaufeln wir uns das rein. Geht, geht schon. Ha. So. Dann. Kohlezug ist alles fertig. Dann kümmern wir uns doch um das Ding da. Wie viel haben wir da noch? Uh. Wir haben schon bei fast 20 Minuten. Ähm. Schauen wir doch mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mit dem Strom noch ein bisschen was hinkriegen. Äh. 28. 28. Kessel. Ah. Da brauchen wir wieder einen Haufen Steine. Bei 28 Kesseln brauchen wir wieder 1000 Steine. Was wirklich nur Steine sind. Das ist okay. Wenn es nur Steine sind, ist es noch okay. Wir haben hier drüben noch eine kleine Steinquelle. Gucken, ob da noch was drin ist. Ne. Doch da. Ob da noch was drin ist. Großartig. Dann bauen wir hier 28. Das sind nur 10. Ne. 10. 20. 5. War das 28? War das direkt 28? Ich verwechsel das immer hier. Das Symbol. Ja, das machen wir 25. 6, 7, 28. Dampfkessel brauchen wir, äh, von den Dampfmaschinen brauchen wir bloß 20. Dann machen wir 5, 10, 15. Brauchen wir noch 3. Päten bestimmt wieder irgendwas. Gehen wir mal rein. So. Die fliegen jetzt los und holen mir Zeug wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und so wie es aussieht, ist das hier auch, ähm, ja, abgeholt worden, würde ich gerade sagen. Aber es stimmt so nicht ganz. So. Ja, Rohre bauen, das, ja, muss immer sein. Wir haben jetzt hier 15 gemacht. Ich will ja 5 haben. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Eisen und so. Dann brauche wir 4. Ja, ganz cool, wenn jetzt noch ein bisschen, da kommt noch mehr Eisen. Sehr schön. Dann sind wir bei 20. Dann haben wir die schon auch schon mal fertig. So. Die Fließblende habe ich einstecken. Kein Problem. Knickarme, 28 normale Kniggis. Okay. 10, 20, so, mal 30. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Untergrundröhre, 4 Stück. Wir haben aber nur, nur 3. Da haben wir jetzt 4. Die Strommasten, ja, da brauchen wir immer mal ein paar. Und ansonsten, Lampen habe ich auch einstecken. Normale Röhrchen, die muss ich vielleicht auch noch mal basteln. Kann man nie genug haben von, und ja. Einen schnellen Teiler. Okay, alles drin. Alles da. He, 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 he. Mu, ha, 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 ha. Das wird easy. Okay. So ein bisschen warten noch. Wie sieht es aus hier mit den Tanks? 200. Hier ist auch noch 200. Die teilen sich natürlich das alles auf. Aber ist bald leer. Dann schließen wir den Rest wieder richtig an. Und dann wird das hier auch irgendwann eingeweiht. Und dann, ja. Die Kiste wird wahrscheinlich immer am ersten voll werden. Und die dann als zweites erst. Aber das, glaube ich, passt auch ganz gut. Kohle haben wir auch ziemlich viel rumliegen noch. So, alles fertig. Ich könnte das Blueprint inklatschen. Wie geil. Das gesamte Blueprint muss da oben hin. Da wird es ein bisschen enger jetzt. Allein schon, weil da jetzt noch der, äh, der Drohnenhanker ist. Und ich würde den schon gerne da stehen lassen, den Drohnenhanker. Puh, das wird echt eng hier. Kann ich das so bauen? Ich glaube, da kriege ich die Pumpe nicht mehr ran. Na, dann muss das da hinten erstmal weichen. Muss ich mal um, ups. Muss ich mal da hin bauen. Ah, dann geht das nicht mehr. Okay, geil. Okay. Ja, das, wie gesagt, das müssen wir halt immer weiter erweitern. So. Baut, please. Und dann müsste ich hier noch Pumpen reinpappen. So, eine schöne Straßenbahn. Die pappt, die Pumpe pappt sich hier nicht rein. Ich kriege ja die Krise. Warum nicht? Doof. Dann mache ich, kann ich zwei machen? Geht das? Kriege ich hier? Ja. Nein, hier kann ich nicht bauen. Muss ja nach oben gebaut werden. Ja, nervig, aber ist nun mal so. Untergrund. Ich habe da noch eine einstecken. Das ist doch unlogisch. So. Dann halt hier drüben, dass die eine Pumpe noch hinpappen. Dann mal gucken, ob die überhaupt alles gebaut haben. Wahrscheinlich eher noch nicht. Hm, wenn ich die so baue, kriege ich das nicht ran. Ah, doch. Kann ich auch von oben anschließen. Kann ich auch so machen. Gut. Das ist hier so. So, so. Mal ein bisschen hier langlaufen, damit die den Rest auch nochmal hinbauen. Schön, schön, schön. Sind auch scheinbar alle angeschlossen. Wird denn schon wieder gekämpft? Wie blöde. Da hinten diesmal. Ah, da hinten müssen wir ja auch ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist alles da. Alles hat Strom. Ne? Ist eigentlich alles hier angeschlossen. Gut. Müssen wir eigentlich bloß noch das hier dran machen. Ja, diesmal haben wir ein bisschen mehr Platz hier. Und voilà. Neuer Strom. Strom, Energy. Ja, jetzt fangen sie an gleich. Jetzt fangen sie an zu pumpen. Jetzt kommt noch mehr Umweltverschmutzung. Es muss alles schön rot sein. Es muss alles schön rot sein. Okay. Laufen jetzt alle schon auf Hochtouren? Krass. Und guckt mal. Wir sind ja nicht mal bei der Hälfte der Leistung. Wir haben ein paar mehr Reserven jetzt schon. Aber wäre es schon cooler, wenn wir irgendwie die Hälfte der Reserven hätten. Alter, wie viel das einfach ist. So, mal schnell gucken. Jetzt müssen wir mal ganz schnell hier gucken, bevor uns das alles weggefressen wird. Wie sieht es aus mit dem Öl hier hinten? Okay. Okay. Wir müssen es anschließen. Schnell abbauen alles. Oh Gott. Oh Gott. Das könnte zu lange dauern. Schnell weg damit. Schnell weg damit. So, der auch weg. Und dann wird hier wieder ordentlich angeschlossen. Bam. Sehr schön. Hier werde ich nochmal komplett umbauen. Das kann halt auch bis hier hin gehen. Das ist ja kein Ding. Okay. Und das geht dann da. Hä? Ich hatte doch hier noch ein Rohr nach oben. Hä? So. Irgendwo liegt wieder ein Rohr oben, was keine Bedeutung mehr hat. Ich. Ah, hier muss Wasser rein. Oh. Hier muss auch noch Wasser rein. Uh, das sehe ich jetzt erst. Okay. Kriegt man aber auch hin. Und dann sollte jetzt eigentlich wieder alles fließen. Hoffe ich. So, nochmal normale... Noch ein paar normale Röhrchen, bitte. Danke. Okay, Wasser ist drin. Dann... Wollte ich hier gucken. Hier wieder anschließen. Ganz wichtig. Damit das Band mal leer wird. Das wäre sehr cool. So, dann müsste sich eigentlich hier dann das Öl sich hier gelagert haben jetzt. Hier ist jetzt Öl drin. Das sind halt... Das insgesamt werden das jetzt 2000 werden irgendwann. Zwei neuen sind wir gerade. Aber es funktioniert richtig, oder? Der pumpt schon in die richtige Richtung. Genau. Der hier unten pumpt. Würde auch pumpen, wenn es hier nicht, äh... Ja, schon voll wäre. Okay, wir haben also noch ein bisschen Rohrreserven. Haben wir noch. Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir das geschafft. Die Kohle würde ich gerne mit nach unten bringen. Müssen sie aber per Hand machen. Oder wir benutzen diese Kohle jetzt erstmal... Auch für die Züge. Ich mache hier mal eine Anbieterkiste draus. Weil dann können wir die dafür verwenden. So. Also letzte Amtshandlung quasi. Puh. Die Kohle ist ja für Dynamit und so und für Plastik. Das läuft aber alles noch. So. Und da haben wir eigentlich alles erfolgreich umgesetzt. Die Dinger laufen jetzt hoffentlich auch mal. Ja, ist aber nicht angeschlossen. Muss ich nochmal mal anschließen. Und zwar mit dem... Und ich glaube, wir müssen dann doch alles mal mit Blau ersetzen. Müssen wir alles hier mit blauen Fließbändern machen. Am besten, ich fange damit gleich mal an. Das sind ja die Express-Dinger. Genau. Aber wir werden gerade keine mehr hergestellt von den Dingern. Müssen wir mal gucken, woran das liegt. Ne, es ist doch schon blau, oder? Die sind ja schon blau. Stimmt. Die habe ich alle schon blau gemacht. Nur die hier nicht. Aber das ist ein krasses Band. Irgendwann muss es richtig schnell... Es muss einfach sauschnell sein später. Es muss bis nach hinten durchgereicht werden, das ganze Material. Funktion Nuckelt. Sehr schön. Mal schnell reingucken. 30, okay. Megawatt. Alles super. Und das wird auch funktionieren. Da lege ich meine Hand ins Feuer für. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, ich war der Tenji hier vom Synops-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.